Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von OneMinuteMinecraft Ich könnte diese Folge fertig werden mit dem Scheiß hier Für die nächsten paar Folgen Ich weiß nicht ob die alle wirklich so reicht oder eben nicht Jetzt habe ich nur noch 20 und ein paar Löcher sind hier auf jeden Fall noch zu stopfen Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass wir noch sieben Junge, jetzt sind hier vier Stück oder so, ne? Oh meine Güte, ey Ich lasse dich nochmal rannehmen, ich hoffe, dass das reicht Wie noch so ein Erdblock Na, ich sage es gewesen, wir sind heute in Folge mal mit Minecraft Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da Abo nicht vergessen Und tschüss